Hallo zusammen und danke fürs Einschalten. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses wunderschöne Sternenmuster hier selber häkeln könnt. Das ist die Vorderseite. So sieht die Rückseite aus. Und das funktioniert wie folgt. Wir brauchen erstmal eine Luftmaschenkette, die teilbar ist durch zwei, also eine gerade Zahl an Luftmaschen. Und dort fügen wir dann noch vier weitere Luftmaschen hinzu. Also Luftmaschenkette, teilbar durch zwei, gerade Anzahl, plus vier. So, dann kommen also die Vorderseite. Also meine plus vier. Und um nun den ersten Stern zu häkeln, beginnen wir in der zweiten Luftmasche, von der Nadel ausgezählt. Ziehen den Faden dort einmal durch. Dann stechen wir in die nächste Luftmasche ein. Ziehen den Faden dort ebenfalls durch. In die nächste Masche. Ziehen ihn ebenfalls durch. Und noch einmal. So, wir haben jetzt also in Summe fünfmal den Faden durchgezogen. Und haben die ursprüngliche Schlaufe von unserer Luftmaschenkette noch auf der Nadel. Sprich, wir haben sechs Schlaufen jetzt. Diese sechs Schlaufen werden alle abgemascht. Und dann einmal geschlossen. Das ist im Grunde schon euer erster Stern. Um jetzt den zweiten Stern zu behäkeln, stecht ihr in die Mitte des Sterns ein. Zieht den Faden dort einmal durch. Stecht unter dem letzten Arm vom Stern durch. Das kann in der ersten Reihe etwas schwierig sein, aber es funktioniert. Zieht den Faden dort auch einmal durch. Dann stecht ihr in die Luftmasche ein, durch die wir den letzten Arm durchgearbeitet hatten. Und zieht den Faden durch die nächsten zwei Luftmaschen ebenfalls durch. Ihr habt jetzt also wieder sechs Schlaufen. Auf der Nadel. Wie beim letzten Mal, maschen wir alle Schlaufen ab. Und schließen den Stern. So, nach dem Schema macht ihr jetzt einfach weiter bis zum Ende der Reihe. Ihr stecht also in die Mitte vom Stern ein. Zieht da den Faden einmal durch. Ihr stecht unter dem letzten Arm vom Stern lang. Und zieht den Faden dort einmal durch. Und zieht den Faden dort einmal durch. Ebenfalls nochmal durch. In Summe habt ihr jetzt sechs Schlaufen auf der Nadel. Mascht alle zusammen ab. Und schließt den Stern. Da seht ihr noch meine Nahaufnahme. Den letzten Arm und die letzte Luftmasche. Machen wir das Ganze noch einmal. Ihr stecht in die Mitte vom Stern ein. Zieht den Faden da durch. Ihr stecht unter den letzten Arm vom Stern lang. Und zieht den Faden dort einmal durch. Ihr stecht in die Luftmasche ein. In die wir den letzten Arm eingearbeitet hatten. Und zieht den Faden auch durch die nächsten zwei Luftmaschen durch. Ihr habt jetzt also sechs Schlaufen auf der Nadel. Mascht diese Schlaufen zusammen ab. Und schließt den Stern. Und das macht ihr nun einfach weiter bis zum Ende der Reihe. Und das macht ihr solo une Seite der worrying? Und das macht ihr nur noch zwei bei der Nadel. Und das macht ihr euch 98 Euro. angels'io Gerichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und häkeln dort einfach in jede Sternmitte zwei halbe Stäbchen. Das ist das erste halbe Stäbchen. Und das ist das zweite halbe Stäbchen. Und das macht ihr nun einfach bis zum Ende der Reihe. Und das macht ihr nun einfach bis zum Ende der Reihe. Und das ist das erste halbe Stäbchen. 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 Um nun wieder auf die Vorderseite zu wechseln, machen wir drei Luftmaschen, drehen um und wir starten wieder in der zweiten Luftmasche von der Nadel ausgezählt, ziehen dort den Faden einmal durch, ziehen ihn durch die zweite Luftmasche durch, ziehen ihn dann durch das erste Stäbchen durch, durch das zweite Stäbchen und durch das dritte Stäbchen. Wir haben jetzt also wieder sechs Schlaufen auf der Nadel, die wir wie üblich alle abmaschen können und wir schließen den Stern. Anschließend sind wir wieder im regulären Muster, stechen in der Mitte vom Stern ein, unter dem letzten Arm, in das Stäbchen, wodurch der letzte Arm gearbeitet wurde und in die nächsten zwei Stäbchen. Insgesamt haben wir wieder sechs Schlaufen, die wir alle abmaschen, dann schließen wir den Stern und so weiter. So, ich zeige euch noch mal den Übergang. Wir haben also drei Luftmaschen gemacht, beginnend in der zweiten Luftmasche vom Stäbchen ausgezählt, äh, von der Nadel ausgezählt, sorry, ziehen wir den Faden einmal durch, ziehen ihn durch die nächste Luftmasche auch durch, ziehen ihn durch das Stäbchen durch, halbes Stäbchen, genau genommen, jetzt haben wir vier Schlaufen, sprich, wir brauchen noch zwei. Sechs Schlaufen haben wir immer in Summe für jeden Stern auf der Nadel, maschen diese alle ab und schließen den Stern. Anschließend sind wir wieder im normalen Muster, ziehen den Faden durch die Mitte durch, durch den letzten Arm, durch das halbe Stäbchen, in das der letzte Arm gehäkelt wurde und durch die nächsten zwei halben Stäbchen, sodass wir in Summe wieder sechs Schlaufen auf unserer Nadel haben, die wir alle zusammen abmaschen, dann schließen wir den Stern. Vielen Dank. So, schauen wir uns nochmal das Reihenende der Vorderseite an. Hier geht ihr wie folgt vor. Ihr zieht den Faden, Entschuldigung, durch die Mitte durch, zieht den Faden durch das letzte halbe Stäbchen durch, habt drei Schlaufen auf eurer Nadel, mascht die ersten zwei ab und mascht die nächsten zwei ab. Anschließend dreht ihr um, ohne irgendeine weitere Luftmasche oder sonstiges zu machen und häkelt einfach zwei halbe Stäbchen in jeden Stern. Das ist das erste Stäbchen und das zweite Stäbchen. So und so häkelt ihr das Sternenmuster. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Es ist ja, dann lasst mir doch lustig. Undar die Schla embraced jetzt. Und das ist ja, dann lasst mir doch weiter. Und komm zum Beispiel. gotta auch nochmal auf, dann wenn ja, dann lasst mir doch schaut. Schausوعstvour. Tschiciein, dann ist das ein bisschen zu machen und mich nach wie ein Teil nadie sagt. Untertitelung des ZDF, 2020